Hallöchen ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einem weiteren Bad von Raft. Wir leiden unter Inselarmut. Das ist eine sehr schlimme und schwer heilende Krankheit, die beinhaltet, dass es keine Inseln gibt. Das ist sehr, sehr traurig. Ja, ich habe auch keine Ahnung, ob ich hier einen Bug erlegen bin oder ob das alles blöder Zufall ist. Ich meine, Boote gibt, also Boote, diese Floß, diese unbewohnten Floßdingens, die gibt es schon, aber das überhaupt gar keine Insel mehr in sich, das ist schon erschreckend eigentlich. Was ich auch brauchen würde, sind neue Lagerkisten, aber mir fehlen Scharniere. Die alten könnte ich herstellen, aber ganz ehrlich, da bin ich schon überlegen, den Kunststoff eigentlich mal wegzuschmeißen, wegzuschmeißen, weil das brauchen wir wirklich nicht. Tschüss. Da. Flick weg. Ich muss mir am Wasser stehen. So, jetzt da. Danke. Tschüss. Es ist wirklich, wirklich erschreckend, dass es keine Insel mehr gibt. So, eine Runde Jammern beendet. Sehr gut. Ui, eine Blanke. So, jetzt können wir wieder sammeln. Ich hau einfach jetzt unnötiges Zeugs wie Palmblätter und Kunststoff hau ich wieder über Bord. Fertig. Insel. Yes. Insel. 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 Wuhu. Wuhu. Endlich mal eine Insel. 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 So. Ähm. Falsche Richtung. Hallo. Nein, du sollst das bitte lenken. Da. Die Richtung. Falsch. Mehr in. Das ist mir wurscht, die Möwe. Die ist mir jetzt echt egal. Das ist mir mehr in die Richtung. Ich hätte auch einfach paddeln können, oder? Ich glaube, die Richtung passt. Ich hoffe, ich kann auch rauf, dass wir die Blümchen bekommen. Vielleicht doch ein Stück. So. So. Ich brauche meinen Paddel. Mein Paddel. Ach, du blöder Hai. Geh sterben. So. Ruhe ist da. Einmal reparieren, bitte. Schneller. So. Und das Paddel. Wo ist mein Anker? Hier. So. Und schnell. Planschi, 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 planschi. La, 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 hab ich ein Glück. Ne Insel, ne Insel. Endlich sei ne da. Nip, jip, hurra. La, la. Endlich. Nach, ich weiß nicht wie viel Parts. Endlich mal wieder ne Insel. Boah, da werden wir jetzt lang verweilen. So. Und. Zack. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Schnell nach oben. Das Segel einfahren. So. Okay, die arme Möwe hier. Ich hätte es doch nicht wegreißen brauchen, glaube ich. Hier komme ich ohne irgendein Hilfsmittelchen, glaube ich, nicht rüber. Ähm. Wo ist denn das? Hier. Und. Geht das nicht? Geht nicht scheinbar. Kann ich hier nicht festmachen? Echt? Warte, ich probiere was. Da. Und. Habe ich noch genug? Ja. Fast. Da. Nein. Ja. Nein. So. Ist egal. So. Und. Hüpf. Ja, das geht. Hurra. Sehr gut. Ähm. Ich habe Platz sogar. Das wundert mich. Und freut mich zugleich. Wunder prächtig. Und. Hüpf. Boah. Das war fast abgerutscht. So. Blumen wollte ich auf alle Fälle wieder mitnehmen. Schwarze habe ich überhaupt keine gehabt. Melönchen. Wo ist die Melone? Da. Aha. Die geht schon wieder nicht. Ähm. Weghauen. Kunststoff. Brauchen wir nicht. Belohnsam. Auf alle Fälle. So. Ähm. So. Mal kurz öffnen. Wieder schließen. So. Das ist jetzt Zeugs, ähm. Welches ich jetzt bunkern müsste. Ich brauche hier oben endlich mal eine Kiste. So. Alles so. Melönchen. Würdest du? Dich? Danke. Dann Blumen. Also Sämlinge kommen hier rein. Dann Wasser, Melonen, Samen. Von der schwarzen Blume. Dann Blüten. So. Von der weißen Blume. So. Gut. Hier wäre eh nur Farbe. Was kann ich hier noch bunkern? Derweil einmal das Paddel. Die Schaufel nehme ich mit. Die Tasse brauche ich. Habe ich hier irgendwo Seile deponiert. Na. Aber das werden wir jetzt gleich mal. Oh doch. Da unten. Bin doch blind. Das zweite Nest nehme ich jetzt mal mit. Die Blanken lasse ich. Die Blüten. Äh. Nehme ich mit. Hat die Blüte nicht hingehauen? Keine Ahnung. So. Die Farbe tue ich jetzt auch nochmal weg. So. Passt. Dann. Haben wir hier Platz. Genau. Dann kann ich. Wo war das jetzt noch schnell? Die zweite. War hier drüben. Ich will es probieren. Ob die Möwe jetzt auf einmal hier lieber nisten würde. So. Keine Ahnung. Gut. Genau. Hungrig bin ich auch. Das werde ich jetzt auch gleich beheben. So. Sofort neue Rübe rein. Dann hätten wir das auch. So. Will trinken. So. Das müssten wir normalerweise mal ein bisschen in Ruhe hier Sachen ernten dürfen. So. So. Hü-hü-hü-hü-pf. Da haben wir noch die gelbe Blume. Die rote und noch eine gelbe und ein bisschen blanke mit Kokosnuss wahrscheinlich. Ja. Ja. Passt. Die Kokosnuss können wir eigentlich gleich jausnen. Das wäre wurscht. so. Ist fein. Die Blume nehmen wir auch mit. Komme ich hier hoch? Schauert nicht so aus, gell? Dass ich da rauf darf. No. Ist nicht erlaubt. Schlecht. Aber egal. Was ich jetzt brauche ist einmal auf alle Fälle der Haifischköder. Aha. Ich muss aufbauen, dass ich nicht wo runter stürze, wollte ich gerade vorher sagen. Und. Ups. Da ist schon fast soweit. Ich brauche tatsächlich Kunststoff. Da und so. Dann können wir das schon mal reparieren. So. Passt. Dann brauchen wir. Oder warte. Nein, ich will nichts anpflanzen, oder? Warte. Warte. Wollt die Kartoffeln ernte ich mal. So. Alle. Die noch hier sind. Genau. Und pflanze sie sich jetzt aber wieder an. So halbe, halbe. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2. Kann das sein, dass die Möwe gerade oben ist? Ich glaube sie ist gerade oben. Es besteht noch Hoffnung. So. So. Schön aufsammeln. Und. Zack. So. Die Tasse haben wir da. Perfekt. Die brauche ich jetzt nämlich. Zack. Um zum auffüllen hier. Das darf man niemals vergessen. Ich bin total aufgeregt jetzt. Hurra. 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 So. Und so. Und so. Ah das passt schon. Okay. Dann. Die Blüten. Die rote Blume kann ich den Samen. Den kann ich hier in den Schub pflanzen. Einen Schluck trinke ich noch. So. Dann können wir hier einmal, zweimal. Äh dreimal geht es sogar. Okay. Das heißt wir können hier dreimal nachschütten. Na. Einmal. Äh. Zweimal. Und. Ein drittes Mal. Perfekt. So. Das zudem. Mhm. Genau. Die Blüten. Die Blüten. Kommen wieder hier rein. So. Und so. Das geht zum Stecken. Das geht da. Und das hier. So. Dann brauche ich. Wenn ich noch habe. Den Haifischköter. Der müsste. Der müsste. Nicht anwesend sein. Wir haben gar keinen mehr. Ich bin so dumm. Ich dachte wir hätten noch welchen. Ui. Das geht natürlich nicht. Jetzt noch einen Fangen probieren. Also Bauern probieren. Ich muss fast. Sonst kann ich nicht mit Ruhe arbeiten. Das ist jetzt ärgerlich. Ach. Gottchen. Naja. Was soll's. Dann fischen wir halt. La. 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 Makrele. Ist falsch. Hering. Und rot. Irgendwas. Buntbarsch. Sebrasse. Sebrasse war's. Sebrasse. Jawohl. Jetzt fällt nur noch der Hering. Hering. Bitte ein Hering. Bitte ein Hering. Bitte ein Hering. Tralala. Das wär wunderbar. Ein Hering. Ja. Geilo. So könnte es immer sein. Ich muss jetzt nur noch schauen. Verdammt. Wo war denn das zum Bauen? Hier. Heiköter. Einmal. Jawohl. Perfetto. Perfetto. Perfetto grande. So. Ähm. Den schmeißen wir am besten dahin. So. Nicht reinfallen. So. Jawohl. Und jetzt da mit ein bisschen Glück wieder einen Ball schnappen. Und wir können hier mit der Ruhe arbeiten. Nehmen wir gleich mal den Sand mit. So. Schön am Rand bleiben. Vielleicht geht auch schon ein bisschen Seetang. So. 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 Jawohl. Das ist sogar ein bisschen viel Seetang. Das freut mich. Das war jetzt glaube ich nur ein Stein. Da hätten wir noch ein bisschen Sand. Sand. So. Kann man wieder auftauchen. Woher? Wo bin ich denn? Da. Ah. Der Hai ist beschäftigt. Hervorragend. So. Schnell Luft. Und nächste Runde. Gleich mal schauen hier. Woher? Wegen Erze. Da ist scheinbar noch nix. Sandkrimm jetzt haufenweise. Aber kein Ton. Ah. Sehr gut. Sehr gut. Steine. Hier wer Ton. So. Gott sei Dank haben wir eine Insel gefunden. Bist du gescheit? Freue ich mich gerade. So. Seetang. Noch mehr. Noch mehr. Noch mehr. Seetang. Seetang. Und dann können wir gleich in die Schmelze schmeißen. So. Look, look, look. Look, look, look. Ich brauche Luft. So. Wie viel Platz haben wir noch? Genug. Das freut mich. Ah nein. Es wird es dunkel. Au. Okay. Hey. Wir müssen abhauen. So. Wo ist das Floß? Hier drüben. So. Und. Hupf. Ist der Heiköter gestorben? Wo habe ich denn eigentlich hingeschmissen? Dahin, oder? Ich glaube, der ist kaputt. Hm. Dann müssen wir einen neuen bauen, ne? Aber zuerst, da wir Klipper brauchten, glaube ich, ne? Wären wir gleich sofort beginnen, den Seetang zu schmelzen. So. Und jetzt gehen wir fischen. Weil es ist eh gerade Nacht. Das passt eh wunderbar. Können wir schön ein Glas angeln. Ähm. Wenn es hell ist, haben wir dann eine bessere Chance, das Erz zu sehen. Boah. Ich bin auch schon wieder hungrig. Einen Bund Barsch. Den könnte man eigentlich braten. Wie so ein Wolf, ne? So. Würdest du den Fisch schon mal rauflegen? Danke. So. So. Schnell essen. Passt. Und... Boah. Den zweiten Fisch können wir auch schon. Hui. Da ist er. Jaja. Tuck. Aber wir haben trotzdem Schaden angerichtet. Jetzt brauche ich tatsächlich Kunststoff, ne? Halt. Das war hier drüben. Jetzt brauche ich tatsächlich ein bisschen Kunststoff zum Reparieren. So. So. Weiter geht's mit den Fischen, würde ich sagen. Bis zur nächsten Hungerattacke. Blanchi, 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 la, 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 la. Du blöder Hai, ich hasse dich. Geh endlich sterben. Ne Sebrasse. Super. Brauchen wir nur noch einen Hering. Dann können wir schon weiterarbeiten. Okay. Ich könnte schlafen gehen und dann weiterarbeiten. Wäre besser. Einen Haken brauche ich auch wieder. Sehe ich gerade. Einen rohen Wels. Ja. Das passt. Das ist ein großer Fisch. Können wir auf den Grill hauen. Das passt super. Super. Na geht schon. Komm Fischi. Wer ist ein braver Fisch? Ne? Ja. Zack. Hergestellt. Den baue ich auch schon mal. So. Könnte aber noch weiterfischen. Ja. Können wir noch machen. Ist meine Angel kaputt? Bäh. Die hält echt nichts aus. Ne? Die hält gar nichts aus. Billiges Drum. So. Und zack. Fischi Fisch. Fischi Fischi. Noch eine Brasse bitte. Und bitte noch ein Hering. Auf Bestellung. Ein Hering schon mal. Sehr gut. Hau die hin. Und die Brasse bitte. 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 Ein Wels. Jetzt. Aber jetzt. Wie haben wir die Nachtzeit? Da 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 da. Geht schon? Geht schon? Noch ein Hering. Dann zwei Seeprassen bitte. Da 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 da. Vor allem Ton haben wir jetzt. Jetzt muss ich die Schälchen auch noch machen. Dann können wir wieder Suppe schlürfen. Makrele. Jetzt gehe ich vielleicht einen Schritt zurück. Nicht, dass ich schon volles Inventar habe. Von mir muss ich nachlegen. noch eine Makrele. Okay. Kletterpflanze. Blanke. Nachgelegt. Passt. Zack. Zack. Wir sind voll. Okay. Das heißt der Kunststoff. Warte. Warte. Der Kunststoff fliegt wieder hier rein. Wir haben Kartoffeln. Wir haben recht viel Ton. Da kann ich einen weglegen. Trockensiegel. Kupferband. So. Das kommt zu Glas. Hering bleibt da. Makrele kann gebraten werden. So. Gut. Dann gehen wir rauf. Und da oben ist sie ja schon fertig. So. Und da oben ist sie ja schon fertig. So. Wir haben Kartoffeln. So. Und da Gemüse dazu. Dann können wir da schon mal wieder essen. So. Dann brauche ich Essen. Ton. Herstellen. So. Dann können wir unsere Suppe essen. Hervorragend. So. Gleich mal wegschlürfen. Und. Können wir eigentlich eine Fischsuppe machen? Ja. Sicher ist die gegangen. Ah. Da brauchen wir einen bestimmten Fisch. Ah. Da brauchen wir einen bestimmten Fisch. Warte mal. Makrele und Sebrasse. Oder. Hering. Und einen anderen. Na toll. Das sind immer genau die Fisch. Ne. Die habe ich jetzt da reingeschmissen. Schlau. 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 So. Dann machen wir halt noch eine Gemüsesuppe. Zwei Kartoffeln. Und zwei Rüben. Und geht schon. So. Hier sind wir auch fertig. Es passt hervorragend. Kann man schon mal uns satt futtern hier. So. Nom nom nom. Und nom nom nom. Dann können wir den Großen schon mal drauflegen. Passt. Ah. Ah, der Speer ist hinten. Hm. Es ist mir meine Güte. Es ist mir dummerweise erst aufgefallen, was fehlt. Natürlich viel zu spät. Klick. 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 Jetzt kann ich schon wiederholen. Dieses blöde Plastik. Ähm. Hatte ich nicht hier auch noch eins? Irgendwo? Na. Hatte ich nur hier. Jetzt habe ich weggeschmissen. Genau. Genau. So. Einmal. Zweimal. Und den Klipper einsammeln. Und nachlegen. So. Zack, zack. Es wird hell, gell? Ja. Perfekt. Das ist perfekt. Ähm. Warte. Was wollte ich gerade? Überlege, grüble und studiere. Ich wollte was reparieren. Genau. Ich wollte reparieren. Da hinten. Das da. Zack. Zack. Passt. Ähm. Und schnell die Sachen weglegen. Also den Klipper. Und sonst habe ich eh nichts zu wertvolles. Das werde ich auch noch weglegen. Sicherheitshalber. So. Dass ich es nicht verliere. Den legen wir wieder hier hin. So. Aha. Durstig. So. Passt. Und. Äh. Ja. Wo haben wir unser Glück? Ja, ja. So. Tauchen wir etwas tiefer. Vielleicht finden wir schon die ersten. Erzsachen an. Ja. Da haben wir schon was. Schaut aus wie Kupfer. Ja. Ist das auch. Sehr gut. Metall wäre mir jetzt lieber gewesen. Aber. Da oben ist was. Das ist glaube ich auch Kupfer. Und einmal Luft holen. Inzwischen könnte ich weiter die Runde machen. Schauen. Aha. Da hinten. Ich sehe schon. Da ist viel. Gut. Passt. Bleiben wir hier. Schnell Luft holen. So. Und sofort die nächste Runde. Gleich tiefer, tiefer. Hier haben wir es schon. Da ist schon unser Erz. Metall glaube ich jetzt. Ja. Mhm. Perfekt. Zweimal. Dann da unten war noch mehr. Zeit drängt. Würdest du? Ach. Blöder Haken. So. Dann haben wir schon fünf Erze. Dann drüben sind nochmal zwei. Drei sogar. Kupfer. Und. Behoffentlich geht sich das aus. Bevor der Hai uns erwischt. Nein. Natürlich nicht. Aber ich habe trotzdem Hoffnung. So. Perfekt. Das wir. Da drüben gibt es glaube ich noch mehr. Da gibt es noch generell mehr mehr mehr. So. Schnell zurück. Schnell nach oben. Schnell 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 schnell. Wow. Das war mehr als knapp jetzt. So. Schnell an Bord. Hüpf. Perfekt. Sehr gut. Ui. Passt. Jetzt können wir uns ein bisschen erholen. Und können auch schon wieder beginnen unser Metall hier zu schmelzen. so. Zack, 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 blanke, blanke. Passt. Und dann können wir auch leider wieder fischen, weil ich schon wieder einen Heilköder brauche. So. Doch zuvor. Machen wir hier wieder unser Wasserstart klar. Lalalala. 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 So. Ich glaube das waren jetzt fünf. Schaut so voll aus. Ja. Passt. Okay. Gut. So. Ich glaube das waren jetzt fünf. Ja. Dann heißt es wieder fischen. Tut mir leid. Aber wir hätten zwei Heringe. Ich bräuchte nur noch Seeprassen. Das wäre echt super. Bitte. Wir müssen eh ein bisschen warten bis wir geheilt sind. Ja. So. Ein Hering. Haben wir schon drei. So. Sehr spannend. Sehr, sehr spannend. Noch ein Hering. Ach komm. Aber acht Metall haben wir jetzt. Das heißt wir können schon acht Flächen ausbauen. Ich weiß auch schon welche wir nehmen werden. Und zwar wir werden ein Kranzerl machen. Also so ein Rechteck nach Möglichkeit. Ich würde es gerne hier machen. Für den großen Anker. Ehrlich gesagt. Das wäre ganz super. Sebrassen. Na endlich. Einmal. Vielleicht geht sie noch eine aus. Und dann müsste der Pate schon wieder zu Ende. Das Metall hätte ich noch gern geholt. Hm. Das Erzelein. Das Erzelein. Ich musste auch mal schauen. Ob schon. Ja. Schon fertig geschmolzen. Okay. Müssen wir gleich nachlegen. Rohrwels schon wieder. So. Die Angel kaputt. Selbstverständlich. Gott sei Dank. Ähm. Hier war es. Genau. Haiköder. Können wir. Ach so. Natürlich. Jetzt fehlt auf einmal das Seil. Mhm. Das war aber hier. Da hatten wir noch welches. Ja ja. So. Dann bauen wir noch ein Seil. Und so. Oh. Da gehen jetzt zwei. Wir haben schon zwei. Doch drei. Wann haben wir die dritte Brasse bekommen? Ich habe das gar nicht mitgekriegt. Ist mir recht? Ist mir alles recht? Sehr gut. Das freut mich. So. Hier und so. Jo. Passt. Dann würde ich sagen, eine kleine Überlänge. Ich möchte es gerne wagen. Nochmal da rüber zu gehen. Ich glaube da drüben war es. Ich hoffe der Hai kriegt uns jetzt nicht. Ich glaube ich hatte Glück. Ich schwimme gleich mal irgendwo hin. Ich wollte ihm jetzt eigentlich nur entkummern. So. Erze. Da haben wir schon welche. Au. Okay. Soviel zum Entkommen. Das hat er wohl nicht hingehauen. Nein. Das hat nicht hingehauen. Schade. Ich glaube jetzt werde ich sterben. Oh. Glück gehabt. Hui. Glück gehabt. Ich dachte das. Ich dachte noch das würde hinhauen. Ärzte. Natürlich. Du Mistviech. Du dreckiges. Echt. Wo ich schon am sterben bin. Unglaublich. Und diese. Lebewesen sind vom Aussterben bedroht. Ne. Jetzt weiß man auch warum. So. Da hätten wir noch ein Erzelein. Ich hoffe nur dass ich jetzt nicht sterbe. Ich muss mich beeilen. Bevor der Hai fertig ist mit seinem Gefresse. Sonst sind wir die, die gefressen worden sind. So. Die beiden will ich noch mitnehmen. Ich hoffe das geht sich aus. So. Und jetzt haue ich ab. Da drüben wäre noch was. Das ist mir jetzt ehrlich gesagt zu riskant. So. Ich will nämlich das auf jeden Fall überleben. Der Part ist eh zu Ende. Wupp. Und mir ist das Erz ehrlich gesagt wichtiger als alles andere. So ziemlich alles andere. So. Ich habe keine Blanken mehr. Ah. Ich hätte noch Zeit gehabt. Da habe ich jetzt umsonst geschwitzt. Egal. Die Luft weh ist sowieso schon aus gewesen. Also. Von dem her. Egal. So. Das schmeißen wir jetzt wieder rein. So. In diesem Sinne ihr Lieben. Wäre es das wieder für heute gewesen. Schauen wir noch ob wir hier gleich verstärken können. Das könnte ich noch machen. So. Ah ja. Da fehlen ja die Nägel. Aber wir haben eh Bildschrott. Das macht nichts. Das heißt ich kann sie bauen. So. Also. Ich dachte mir. Hier so. Okay. Das geht sie auch nicht aus oder? Dann müsste ich hier nochmal eine Reihe dazu bauen. Dann geht es sich aus. Also hier so im Eck. Das könnten wir machen. Warte kurz. Kunststoff schon wieder. Meine Güte. Dann chiem es halt hier. So. Eins. Zwo. Drei. Mehr braucht es schon nicht. Aber ich will ihn schützen. Also nehmen wir vier. Fünf. Fünf. Genau. Ich will ihn schützen. Ja. Gott. Hingebaut und frischt schon dabei. Das war jetzt gezielte Attacke. Hast du das gesehen? Da denkt sie. Hm. Frisch. Das probieren wir jetzt gleich mal. So ein Arsch. Echt unglaublich. So. Und hier möchte ich eben wie gesagt das Ganze jetzt schützen mit dem Fundament. Eins. Zwo. Drei. Jetzt muss ich schon warten weil die Metallbahn aus sind. Also vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Das kommt weg. Und dann kommt hier der Anker drauf. Und davor nochmal eine Reihe geschützt. So habe ich mir das vorgestellt. Dass ihr das auch wisst wie ich das mir denke. Na gut. Aber bis dorthin. Na mal den Part beenden. Ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag. Einen schönen Abend. Je nachdem wie ihr das Video schaut. Und wir. Hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi.